ja hi leute wir haben heute die nächste präparation vor uns und zwar noch mal eine ganz andere käfer familie und ihr seht den käfer hier noch nicht drauf liegen möchte ich nämlich erst was cooles zeigen ich hole ihn jetzt direkt frisch aus der aufweichbox raus und da seht ihr gleich dieser eupholos schönheri von diesem braun in das typische türkisblaue wieder übergeht wenn er an der luft ein bisschen trocknet es geht mega schnell seht ihr jetzt schon dass sich die farbe ändert vorher war also braun und zack da ist er wieder in der ursprungsfarbe also noch nicht ganz aber so gut wie ja das ist eupholos schönheri aus neuginea aus dem indonesischen teil irian jaja das exemplar wurde 2015 gesammelt und er hat zwei euro gekostet in frankfurt da habe ich mir gedacht nimm es mal mit ja ich vermute es ist die unterart schönheri petit i da er doch sehr hell türkis ist und die nominatform schönheri schönheri ja doch etwas kräftigeres dunkleres blau hat und ja das ist tatsächlich der erste rüsselkäfer in meinem leben ja den ich nadele ich habe zwar rüsselkäfer in meiner sammlung aber alle nur ja quasi in sammeldöschen von tieren die zu klein sind um sie zu präparieren zumindest für mich ich bin nämlich kein fan vom kleben deswegen habe ich kleinen tiere meistens in so tütchen gesammelt und nicht aufwendig präpariert ja und dann bin ich mal gespannt wie das funktioniert ist halt auch noch mal ein etwas kleineres tier das macht es dann noch mal ein bisschen schwieriger aber wir geben einfach mal unser bestes ne und fangen einfach an ich kann leider nicht viel über die art sagen sind vegetarier fressen blätter die wohl giftig sein sollen es gibt viele verschiedene arten innerhalb dieser gattung und ja der panzer ist ziemlich ziemlich hart damit habe ich jetzt nicht gerechnet wo habe ich denn das angesetzt da biegt sich die nadel durch und ja wie gesagt es gibt sehr viele arten in dieser gattung und sind alle ziemlich ähnlich meistens halt in diesem blau und lassen sich schnell verwechseln das ist okay der will irgendwie nicht die nadel durch kriegen diese blaue färbung kommt durch kleine schuppen zustande das noch mal nein da ist echt kein durchkommen ich habe mir jetzt gerade schon die spitze unten verbogen das ist krass such mal eine andere nadel ich noch eine stärkere die kann ich mal versuchen damit habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet jetzt bin ich durch okay ja die kleinen haben sie in sich gerade so noch geschafft glaubt man gar nicht na ja genau also die färbung wird durch schuppen hervorgerufen wie ihr seht nehmen wir anscheinend bei auch beim aufweichen etwas bräunliche farbe an aber kommen dann sehr schnell wieder zurück in die ursprüngliche färbung ja die rüsselkäfer sind die artenreichste tierfamilie überhaupt auf dem planeten erde und man sagt unter kohleopterologen gibt es quasi das sprichwort jede pflanze hat ihren rüßler da viele arten auf spezielle wirtspflanzen spezialisiert sind es gibt natürlich auch einige die mehrere pflanzen befallen aber der großteil der arten sag ich mal ist da relativ spezialisiert und es gibt auch einige als schädlinge geltende arten und ja es gibt sehr 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 viele verschiedene formen innerhalb dieser familie von groß bis winzig klein extreme formen vielfalt farben vielfalt auch da gibt es bestimmt auch noch sehr sehr viele arten neu zu entdecken vor allem in den tropischen gebieten und ja ich fang einfach mal an bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann lassen wir den jetzt trocknen. Dann schauen wir mal, wie mein erstes Rüsselkäferpräparat denn so geworden ist. Bis zum abnadeln dann. Ja, okay. Der Käfer hatte jetzt ein paar Tage zum Trocknen. Und wir nadeln jetzt ab. Dann bin ich mal gespannt, wie es geworden ist. Ich wusste nicht wirklich, wie ich die Fühler positionieren soll. Habe es jetzt einfach mal so gemacht. Sieht ganz okay aus. Und ja, ich würde sagen, für den ersten Rüsselkäfer, den ich genadelt habe, ist das doch ein ganz gutes Ergebnis. Hat jetzt auch wieder eine natürliche Färbung komplett zurück. Ist wieder richtig schön hell, glänzend, türkisblau. Wirklich schönes Tier. Vielleicht finde ich ja auch noch andere Arten aus der Gattung mal im Präparathandel. Und dann kommen die dann in der nächsten Staffel. Ja, es kommen noch zwei weitere Folgen. Seid gespannt darauf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da und einen Kommentar. Abonniert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.